Hallo Freunde und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge For Honor hier in Duell mit dem Bronzibiodus und wir haben wieder zwei Leute gefunden, zwei Doktoren. Die werden uns jetzt hoffentlich nicht wegschnetzeln, aber das werden wir natürlich verhindern, Mann, mit unseren Schwertern und mit deiner Axt. Eben. Solange es nicht Hannibal ist, ist kein Problem. Solange es nicht Hannibal ist, ey. Was ist das überhaupt für eine Karte? Hab ich gar nicht gesehen. Da musst du aufpassen, dass der dich nicht runterwirft, ne? Ja klar. Das ist echt gefährlich. Ja, okay, hier, Alter. Okay, Alter. Komm her. Komm los her, Alter. Wo rennt der denn jetzt hin? Was soll der denn jetzt hier? Hilfe, Hilfe, ich hab Angst. Wir kommen hinterher. Das Geile ist, meine Axt ist so lang, weißt du? Junge. Mal folgendes, Alter. Ehe, ich hab ihn. Oh, ich wollte gerade helfen. Ey, das bin ich, Mann. Ach, 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 ach. Gott. Einmal scheißegal, Hauptsache. Komm, von beiden Seiten, Mann. Wir müssen den einkissen, Mann. Komm, komm, mal. Okay, Mann, von beiden Seiten, ne. Du von links, die von rechts, das? Wohohoho! Wohoho! Wohoho! Boah. Nice, Alter. Richtig nice, Mann. Ah, nein, nein, wir will mich... Nooooo! 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 What the fuck, Alter? Hahaha! Wir sagen doch, wir müssen aufpassen, dass wir nicht runterfliegen, weißt du? Ja, das Runtercatchen ist halt so scheiße, Mann, ey. Hm. Aber ich hab keine Ahnung, wie ich das mach... Ich kann das, glaub ich, gar nicht machen. Ach, ach so, so auf Xen, ne, ja. Ja, du kannst aber auch Durchbruch machen, ne. Dann fliegt der vielleicht auch zurück. Ja, auf X, ja, ja. Gut, aber du kannst den halt nicht wegtragen, ne. Auf jeden Fall. Für die Ehe. Komm her. Boah, was hat der denn gemacht für den Angriff, Alter? Richtig krass, ey. Ey, ich muss jetzt mal meine Ausdauer aufladen, oder? Das nix. Alter. Ich krieg grad gar nix hin hier. Aber der macht immer wieder meine Ausdauer weg, Alter. Wie macht der das, ey? Heftiger Typ, der hat's voll drauf. Ey, ich hab's auch gemacht, hä? Wie hab ich das gemacht? So, ist dreimal RT gedrückt, glaub ich. Boah, die ist echt krass, Mann. Na, den Angriff kann man nicht, äh, abblocken, ne? Bin tot. Ja, toll. Flieh einfach, Digga, flieh einfach. Hätte das sein können, ne? Mh. Nein, ist mein Digga. Oh, Mann, ey. Die eine, die warnt so ab, ey. Ja, klar. Die wartet die ganze Zeit ab, Mann. Du kommst gar nicht an die ran, irgendwie. Ich muss aber auch besser spielen, warte mal. Ich bin jetzt wieder da, keine Sorge. Ja, jetzt hab ich den Viking, Mann. Fange, ey. Die Idee hab ich gut bestanden eigentlich. Die andere krieg ich vielleicht, ja. Die waren aber beide Farben. Ich will immer, dass der mich runterschmeißen kann, weißt du? Ja. Boah, leck mich doch am Arsch, Alter. Ah, fuck, ey. Ich wollte doch die doch exekutieren, ey. Ich geh von der anderen Seite, warte. Boah, what, Alter? Ich geh da seine Rache aus, ey. Ich muss den Übrigen, Alter. Nein. Ich muss den Kopfwerk hauen, Alter. Scheißegal. Oh, Gott, ey. Ich will nicht wieder, Alter, komm. Oh, schade. Geht nicht, oder? Warten, ey. Ich krieg grad gar nichts hin hier, ey. Oh, passiert, passiert. Ich krieg keine Schnitte, ich krieg keine Schnitte, Alter. Dafür bist du aber ne geile Schnitte. Ich glaube, im nächsten Kampf nehmen wir beide mal Viking, Alter. Okay, machen wir, ey. So nen fetten, oder was? Fette Viking-Brüder. Aligha-Ligh-Lil-litha, Alter. Hahahaha. Aligha-Ligh-L-Litha, Alter. Erlüffeleng, Alter. Der hat diesen Angriff echt drauf, ne? Musst man echt mal sagen, ey. Ey, wieso kann ich den einfach ablockn, Alter? Komm, Digga. Komm, Digga. tooth Van Aber auch immer weg, ne? Viecks nicht, Ey. Du musst jetzt wieder meinen Jump machen, Alter. Wie macht der das, Alter, man? Der jumpt hin und kickt mich komplett weg. Holy shit, Alter. Downer, Digga. Tut mir leid, ey. Hey, guck mal, ich block die weg, Alter. Meine Nasen, doch, Mann. Ja, leg dich doch am Arsch, Alter. Der nasiale Tod. Ihr Kackbratzen, ey. Ja, du hast keine Chance, Alter. Der Viking, der war echt gut eingespielt, gerade mit seinen Moves und so, ne? Ja, die waren beide so, ey. Die waren beide so. Ja, ich muss auch nochmal diese speziellen Angriffe lernen, so. Der hat so einen Jump gemacht. Ich will aber nicht nochmal gegen die kämpfen, ey. Nee, nee. Krass. Die sind so heftig für uns, Mann. Warte mal, wo kann ich denn jetzt hier Kriegsbefehle, hier? Ach, nee, doch nicht. Ach, Befehle kann man hier auch anlegen, oder was? Okay. Fortschritt. Beende zwei Vernichtungsmatches. Ja. Das sind Aufgaben, die man machen kann, wenn man kriegt. Du kannst bis zu drei Auftragsbefehle gleichzeitig ausrüsten, okay. Frag ich jetzt mal. Arena Champion. Führe 25 Heldenkills in Handgemengematches aus. Das ist doch Handgemenge, was wir machen, oder? Ja. Genau, Arena Champion, Mann. Was gibt's hier noch so? 10 irrenhafte Kills. Oh. Wir werden eine Handgemenge match. Oh, nice. Oh, das geht mal noch hin. Okay, dann machen wir mal neu, komm. Wir tun mal eine neue Runde da. Willst du ein Abbrechen? Ja. Die sind eh schon rausgegangen. Fuck, Alter. Aber gut. Ja, haben wir. Dann mache ich jetzt mal einen Viking, Leute. Mal ein bisschen so rumtesten, obwohl... Ein Ritter wäre auch mal nice, ne? Wir haben natürlich jetzt keine Auswahl, großartig, ja, ne? Nee, noch nicht. Ich muss auch mal die Samurai bald alle mal durchtesten, aber... Schulterstoß, RBX. Heute mache ich auch mal Samurai. Äh, ich meine Viking erstmal noch und dann... Mache ich morgen vielleicht echt mal Ritter oder so, ja? Hab ich auch noch nie gespielt. Schulterstoß, Abwechslung. Handgemenge, Waldmorgen. Geil, dass es so unterschiedliche Zeiten gibt, ne? Okay, Mann. Ja, die, die, ähm, Karten, meinst du, ne? Mhm. Das stimmt, das ist echt nice. Und die haben auch einen Ritter. Hier musst du auch aufpassen. Guck mal, da kann man die ganze Zeit runterfallen, Alter. Mö. Boah, ne, jetzt habe ich hier so eine fette... Äh, du bist das. Hey, wo wollen die hin, Mann? Komm her. Komm schon, komm schon. Was? Alter, das gibt's doch nicht. Ja, Double-Schlag, Mann. Boah. Geht doch nichts, als mit einem Bro zu kämpfen. Ja, Mann, ich spring jetzt hier runter. Ciao, Alter. Ja, geil, Alter. Schade. Boah, wie das aussieht da hinten, ne? Ja, nice. Richtig geil, Mann. Ja, Lendo und Leo sind auch gerade am Start. Wir können ja vielleicht mal später nochmal eine Runde mit dem machen, ey. Ja, vielleicht nochmal ein fettes Match mit denen, ne? Ja, oder auch Duelle gegeneinander, ne? Das ist ja auch geil. Ja, das stimmt. Hier drei. Teil eins, los geht's. Ich nehme die rechten, meine rechten. Ich kann die überhaupt nichts, ich kann die überhaupt nichts anhaben. Ich muss mal eine Taktik verändern, Alter. Aber ich bin vergiftet, ey, krass. Ja, boah, was macht die da? Ey, was macht der denn jetzt, Alter? Oh, leck mich doch am Arsch. Jump weg, Alter, jump weg. Ja, das war jetzt krass, ey. Die ist einfach mal kurz abgehauen, zu dir gegangen, ey. Ja, was ist das denn für eine Scheiße, Mann? Du musst jetzt mal deinen Heiligen Gegner spüren, Mann. Nicht einheizen, hier. Junge, was geht denn mit dir, ey? Ich kann doch nicht rüberrennen, wenn du noch nicht tot bist. Was ist denn das für ein Disrespect, Alter? Ja, ey, Mann. Das ist scheiße auf dich. Ich würde es auch machen, Mann. Mann, ey, der Ritter ist scheiße, Mann. Er hätte ich nicht nehmen sollen. Ja? Wirklich, Mann. Komm her, du kleine Sexensäure. Was soll ich scheiße? Junge, willst du mich verarschen? Ja, leck mich! Jetzt läuft gerade gar nichts, ey. Jetzt läuft gerade überhaupt nichts. Ich bin tot, Mann. Ich bin tot. Du bist auch tot. 1-1, 1-2-1, oder was? Boah, ist das nicht, ey. Egal, das machen wir jetzt. Das sind richtig ekelhafte Leute. Ekelhafte Wichser, oder? Ja, die müssen wir jetzt besiegen, Mann. Gerade deswegen. Ja, wie denn, wenn die an seinen Nebeneinander stehen, Alter? Ja, Sorge. Ich bin doch nicht darüber jetzt, du. Wo bist du denn? Wo bist du? Ja, ja, ja. Wollen wir keine Angriffe machen? Kann die nicht besiegen, Alter. Die ist viel zu schnell, Mann. Ey, das sind nicht mein Gegner, Alter. Ja, fegt euch alle, Mann. Geht weg. Versucht die beide runter zu kick, Mann. Kommst und holt mich. Oh, schade. Die hat auch so einen Giftsperr, das ist so krass, ne? Ja, leck mich, Alter, du. Boah, du bist gleich tot, weil du vergiftet bist. Geh jetzt, ich geh jetzt, ich geh jetzt, ich geh jetzt. Tschüss. Das war ja richtig ekelhafte Gegner, Alter. Ja, das war auch, weil es halb die Krieger, die ich genommen habe, Mann. Ich hätte wieder mit Samurai kämpfen sollen. Die ist halt voll schnell. Ja, die ist ja mega schnell. Das Ding ist, ich muss wieder meine alte haben, meine Origi, Alter. Ich muss mal wieder meine Berserkerin haben, Alter. Ja, eben, damit sind wir krass, weißt du, die proben wir jetzt. Alles andere. Vielleicht haben wir die ja schon in der nächsten Folge, Alter. Wer weiß, Mann, wer weiß, oder auch nicht. Wir haben nur noch 100 Stahl. Wir haben gar nichts. Okay, dann machen wir hier Folgenende erstmal, ne? Okay, dann müssen wir nochmal kurz überdenken. Eben. Ich denke, ich denke auch. Okay, Zahnrad dreht sich. Dratar, dratar, dratar.